Musik 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 Oh, der zieht hier voll durch, Alter Musik 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 Oh, na klar Oh, du bist so lustig Musik Jetzt kommt der Big Boy hoch, Alter Musik Musik Zack, Junge Zerberstet Junge Ashley Ashley Was passiert mit mir? Ashley Ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Dein Wusten Das Blut Verursacht von etwas namens Plager Ich will nicht wie die werden Du hast Glück Na ja In diesem Stadium kann der Parasit Plager Er kann noch entfernt werden Keine Sorge Ich hab einen Plan Aber ihr müsst mir vertrauen Aber ihr müsst mir vertrauen Gut, dann sind wir Partner Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen Die Uhr tickt Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle Belassen wir es dabei Ich melde mich später Hey Hast du eine Kippe? Okay Unser Deal lautete Wir holen dich hier raus Wenn du uns den Bernstein lieferst Kein Bernstein Keine Eskolte, Luis Du stehst aufs Kleingedruckte Was, Ada? Basis hier Schlechte Neuigkeiten, Kondo One Bei diesem Wetter Kann der Heli unmöglich landen Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf Geht's dir gut? Ja Geht doch Verdächtig ruhig hier Bleib hier Was? Ja Jawohl Jawohl Oh Junge, das hört nichts Geht's gut Muss gut Sorry, bist nicht mein Typ Boah, ist hier jetzt schon Alter, die seid einfach zu spinnen hier Mit so ne Scheiße hier eh Boah, die Mucke Boah, die Mucke Was mach ich hier eigentlich, Alter? Hahahaha Wenn ich mal richtig anfange zu flirten Dann muss sich auch jeder in Acht nehmen Dann wird's für jeden gefährlich Alter, hätte ich das ja gewusst, dass die ollen Kettensehenschlampen ja kommen, Junge Hey, das kann doch nicht wahr sein Alter, Falter Die Mucke ey, ist das krank Boah Ey Alter, Falter Hier kaputt hier, Alter Boah Boah Boah, die Mucke Boah Alter, Falter Mir geht's gut, denke ich Hast dich gut geschlagen Wo nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest Soll das etwa ein Contimento? Okay, komm Okay Hm Ey, sag ich nicht, dass der auch noch kommt, Alter Boah, einfach zu spinnen Boah, Junge Komm Komm Kind Lauf Alter, ist nicht dein Ernst jetzt hier Du Lauf Du Lauf Alter Ja Ja, Nu Also kommst du halt noch? Boah Oh, was ist jetzt los? Oh, was ist jetzt los? Scheiße Alter Oh, nee Oh, jetzt komm Oh, ist die doof Was ist denn hier los? Ist das okay? Ja Ja Ei Alter Und das wird scheiß, Mann Willer Boah Wo sollst du denn hier hin? Wo will man, wo soll man denn hier hin? Ach, hier hoch Oder? Ach nee Wurder nicht Alter Was ist denn das für ne Scheiße? Oh, na Junge Alter Ich mach meinen Job Okay Ich glaube, das ist nicht gut, ja Wenn ich die Scheune schon sehe, du Boah Junge Tschö Tschö Beende deinen zwecklosen Kampf Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes Bist ein beschissener Missionar Weißt du das? Oh, allmächtiger Oh, allmächtiger Gebt mir die Kraft Eure Feinde zu zerquetschen Leck mich doch Ashley Ashley Back Okay Hasta luego Boah Ich danke dir für deine Garten Boah, Junge Du willst spielen? Dann spielen Siehe Das Wunder Klar, du hörst dem Ungeziefer Junge Ich muss hier erstmal klarkommen, will er Oh, nein Oh, da ist ne Ohe Oh ja, zack Wie töricht Wie töricht Boah Boah, Alter Jetzt tretet euch Jetzt tretet euch Boah, ich brenne Boah Boah, guck dich das an Alter, der Assi, der schmeißt hier wirklich mit seinen Fässern Ist der begleinert? Warte Boah Boah Junge, der ist doch komplett geisteskrank Wo ist jetzt? Jetzt aber Warte, warte Boah Was macht denn der jetzt? Oh Blöder Wichser, Alter Die scheiße ganze Scheune fackelt hier übelst ab, Mann Zack Mach halt dein Maul Blub Blub Schnell Schnell Hier stürzt euch alles ein Jawohl, warte ich, komm mal Falsches Aure Hahaha, lustig Nuka, mach dich raus, du Beklopter 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 Danke Das war absolut genial Ich werde mich doch nicht mehr von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich Ohhhh Dafür werde ich sorgen, mein Häschen Okay Verkaufen Bei Beim Originalbus Sollen wir da euch eine Tür mit öffnen Okay Das haben sie also geändert Ah, Farbe rot Wie? Ah, Farbe rot Kann ich jetzt meine Haare färben, oder was? Boah Was geht's los? Jetzt gibt's keinen Weg zurück, mach Na 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 Hallo, Louis hier Seid ihr noch da? Ich wollte heim Aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg Komm zum Burghof, weiter drinnen Wir treffen uns dort Ciao Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Was ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Oh, ist das so ein... Ah, das ist doch der Spinner, ja. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Tja, wenn sagst du das? Oh Junge, die laufen hier schon rum. Mit halt der Maul. Junge, die sind doch völlig irre. Junge, was passiert denn hier? Was macht denn der Böckle? Oh! Jo. Junge, ich wollte doch schon lauern, dass ich öppfarte, älter. Oh, Alter, die Geräusche, eh. Was, Motte? Nichts mit Motte. Okay. Oh, Alter! So ein Assi! Oh, Leute! Schreck mich doch nicht so, Alter. Ja. Ja, siehste doch. Noch einmal! Ist noch ein, wo er ist hier? Boah, Junge. Das war's! Los! Nicht schlecht, ne? Oh, Junge. Wow. Sieh dir das an. Ich mein, es ist alt, aber... Probierst du nicht meine neue Waffe ausfremder? Warum hältst du nicht einfach deinen Maul? Nu, mach dich raus, du Beklopter! Junge, ihr wurdet doch schon lauern, dass ihr opfert, Alter.